jetzt muss man natürlich nur ein baby gemacht ich mache jetzt meine tasks hier ich bin das baby hier kinder kennt mir was ich kann nur meine tasse das tue ich am besten noch gleich verschwinden nicht die zeit mit rumrennen ich kann die tasse nicht machen manchmal hat das so ein bisschen sollte man das besser gehen das wäre keine schlechte idee das kann nicht so dumm jetzt doch mal einen tasse zu machen das ist keine dumme idee mami ich habe eine leiche ins specimen gefunden ich wollte gerade mein task war unternehmen darf eine leiche gebracht doch nicht von den kindern an die an die hast du alex getötet vor den kindern ich entschuldige kein kind nein wo bist du denn ich bin gerade eben auf dem weg zum reaktor gewesen hat red grad getroffen wo kannst du denn her aus dem atmenbereich ja und julia wo kommst du gerade her bevor du in weapons bist weil wir so kurz vor kommens rumgetänzelt ich wollte nicht in kommst rein weil wetter so im eingangs davor wo warst du davor ich war im speziraum und alex und andy waren oben am upper decon du warst also im speziraum wo alex theoretisch tot ist ja aber da war alex ja nicht drin der stand ja oben ich bin gerade ich bin gerade durch die kun reingekommen um meinen tasto zu machen und habe dann halt haben einen tast gemacht danach habe ich dann die leichte und entdeckt ich habe auch gar keine aufgabe da ich bin dadurch ich habe gesehen keine aufgabe bin raus und wollte dann zu weapons rein aber da stand red so im weg hatte ja aber du hattest keine aufgabe zwischen weapons und office ich bin sogar kurz noch da an der lächel vorbeigelaufen habe ich meine nicht ich zwerge ich bin ja im office rausgekommen im atmen und dann direkt zu weapons nein bist du nicht also entweder du bist gewendet und unten um die note rumgelaufen damit das so aussieht als ob die die not gemacht hättest oder du hast die not gemacht nein ich habe geguckt ob ich die habe weil ich habe irgendeine und ich suche immer auf der map abbrücken ist die karte bringt dass ich so trotzdem immer dieses komische wetter ding schwierig es gibt eine person mit der irgendwas nicht stimmt die ganz komisches movement hat ja ich bin an den falschen zuerst lang gelaufen das stimmt nicht direkt angesprochen weil ich ganz genau wusste du warst der neben mir stand er macht immer komische dinge der hat sich ganz ganz komisch verhalten genau in dem bereich was war das denn jetzt wofür da wollte sich jemand bemerkbar machen ich gehe jetzt in die welt hinaus ich mache ich gehe pokémon jagen ich bin elf das soll die pokémon musik sein in der welt der pokémon wo mein tag ist ich kann einen moment aus machen und dass mich hier nicht auf den alarm konzentrieren ich habe halt hier eine schwere kindheit weil es ist halt schon im frühen frühen alter hier mitgekriegt dass jemand von meiner stelle wird man von meiner schnauze gekillt wird das ist jenerseits die ich als specimen rein und dann ist direkt als dreijähriger vierjährige kleine junge hier das ist das direkt vor der schnauze seine leiche das ist das verkraftet man nicht so leicht dass es ist so ein bisschen ist schwierig ist so ein bisschen ich bin zwar noch das gut trägt aber eigentlich nach so mein leben das ist verständnis verständlich wenn man nächsten runde das bestellt ist erstmal natürlich so ein bisschen was es ist jetzt bin ich schon fast erwachsen das verarbeitet nicht jeder so gut wie ich ja irgendwer hat lönne in der tür zum unteren die korn umgebracht die sabi war es nicht dieser aber an die war ja wieder im schweizer raum nicht an die langsam ist auffällig kurzzeitig ja aber nicht am ende ich bin euch dann aber auch wieder entgegen gekommen ist vorbei mit dem spaß ich weiß dass lönne runtergegangen ist und ich weiß das glaube ich platz auch unter jahren ist ich bin aber außen runtergegangen sabi hat gesehen wie ich das wie ich specimen oder die kon gemieden habe okay gut dann ich habe ich wollte eigentlich erst den red der gucken was der da so treibt dann habe ich gesehen dass der kabel macht dann bin ich dort runtergelaufen da war dann keiner habe ich gedacht da vielleicht liegt mal wieder eine leiche oder so bin wieder zurück meine tasten jetzt aber auch links deswegen einfach mal geguckt ob jemand rumliegt immer gucken was der red macht okay aber wir haben wirklich keinen ordentlichen lied sehe ich das gerade richtig also wir wissen den einzigen den die also julia stand an die immer so ein bisschen zu verdächtigen wir hatten aber zwei tote zweite mal in der nähe vom spaß sie war und da wieder in der nähe leiche liegt und er da gar keine task hat ja nur zu festhalten was schon sehr seltsam ist das ist korrekt ja aber es gibt jetzt auch erstmal außer hat irgendjemand anders noch eine andere info und vielleicht auch noch den vorigen kills oder irgendwas das sind keine imposter worts auf andy zumindest einer nicht zumindest ok und wir scheinen auch mal ja dran zu haben meinst du ich habe jetzt was herausgefunden die neuen farben sind ziemlich verwirrend ich das ist jetzt nicht mein altes warum was habe tatsächlich nur so kappuccino und das habe und habe nicht herausgefunden wie man das am besten nennen kann es ist einfach sepia ich habe einfach sepia als als farbe das ist damit bin ich zufrieden das ist also ganz zufrieden cappuccino ist auch ein bisschen nicht schon besser aber es irgendwie auch ein bisschen lang und da finde ich sepia passt sehr gut das ist das ist sepia eigentlich die perfekte begriff für die zeichnung nicht kennen ok warte ich habe dann eine zeichnung ich habe einen task wir können noch nicht beide die task haben oder du wirst du mich killen oder was so ich habe einen task erledigt weil ich als kind sehr fleißig war ich war ein guter entscheidend trotzdem trotz des traumas ein specimen war es ja fleißig bei meiner aufgaben vor lifeline liegt der red ich habe nichts gesehen ich habe es hingelaufen ne also andy kam gerade wenn er aus dem decon kam das weiß ich nicht irgendwo richtung die upper decon kam er her also ich war gerade gemeinsam mit julia auf dem klo und habe durch die krabbeltrasse gemacht genau und irgendwo da kam gerade andy her war der mit dir zusammen im spezi äh nein aber er ist mir zwischen weapons und admin gekreuzt und ist rein richtung admin gelaufen und dann bin ich nochmal nach oben zu lab habe dann meine note umgeklickt bin runter zu lifeline und da liegt der red ich habe den red auch in lifeline getroffen aber war noch nicht tot julia wie lange ist es her dass du oder das zwerge und du sich gesehen haben in lab das war dann noch das schöne weile her weil ich bin jetzt um komplett aneinander in der map ich bin jetzt gerade in camps rein du bist mir halt gerade gekostet das ist ich kam aber nicht noch so lange her ich bin gerade in camps rein aber noch nicht lang genug in camps um das anzuschalten so und entweder sagt andy er war wieder im decon was ich nicht glaube weil laut meinem pfeil kam irgendwo von den toiletten dann muss ich bin nämlich ein decon gewesen da bin ich ja dann her gekommen und habe dann gesehen dass du und zwerge in den toilet der zwerge hat nämlich die kabel gemacht im oberen rechten irgendwo aus dem bereich kam andy mit andy jetzt nicht wieder im spezi war was wieder sehr verdächtig das ging sehr saß ja wir sind zu sechst ich würde auch sagen das problem sind die votes von der letzten runde tut mir das ist kein problem das ist kein problem ich war ein also ich vertraue jetzt mal auf julia weil ich meine wenn ich ich war mit ihr gemeinsam die hätten mich easy killen können wer hat denn noch an die gewartet letzte runde ich nicht ich hab ihn jetzt gewartet julia und ich haben gewartet und ich bin das war 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 der fall des jahrhunderts von mir das war eine schöne runde ich bin ich mal schiff da will an die schiff und bin nach dem meeting tot ihr könnt doch an die imposte ihr könnt doch nicht ihr könnt doch nicht von einem kleinen kind ihr könnt doch nicht eine leiche vor einem kind ablehnen das ist doch nicht besser ein dreijähriges vieriges kind ist es ach so die rollen schiffen hattest du ja und da habe ich den impostor halt erwischt jetzt habe ich den impostor erwischt bis du naches Leben ja genau okay das ist natürlich auch schade ja du musst schon ich darf nicht hinterlegt sein von dem du den infiziert hast ne ja ich bin ein kind gewesen aber du hast vor meiner schnauze ja du hast scheinbar vor meiner schnauze gekillt das ist ein trauma fürs leben du darfst doch du kannst doch nicht von einem dreijährigen kind kannst du nicht von einem dreijährigen kind killen das ist das ist das ist das kannst du da brauchst du dich noch nicht da brauchst du dich noch nicht da dachte ich sag checkst du den mal gucken was passiert ständig lief er da rum ich so der war doch grad da in der nähe so da brauchst du dich nicht wundern ja weil ihr alle denkt ich bin hier äh echt das böse in person dir glaubt nur keiner wenn du Kind bist genau wenn du Kind bist eindeutig impostor aber sonst bist du total fein da brauchst du da brauchst du dich aber auch nicht wundern wenn ich in der nächsten Folge äh in der nächsten Runde Impostor werde weil das ist die logische Schlussfolgerung nach diesem Trauma das ist dann die logische wenn man dann Impostor wird das ist einfach ich glaube schon mal ob die Geschichte wahr wird viel Erfolg viel Glück mal schauen was das Trauma aus mir macht Tatsache Miss Nitsch hat es aus mir gemacht so schwerwiegend war das Trauma aus dem letzten Teil das ist hier wirklich aus dem letzten Part im letzten Part war ich Good Child da wurde Inspecimen vor meine Schnauze gekillt und das ist es ist da seht er da ist da werde ich gleich so Snitch das ist hier das ist da wundern die sich noch das ist hier wirklich das hat auch sehr w purgleich